Jo, hallali, es kann weitergehen, hoffe ich. Läuft die Aufnahme, die Aufnahme läuft, jetzt muss ich auch mal gucken, wie lange ich eigentlich noch aufnehmen kann. Ja, so ein bisschen kann ich noch, also geht jetzt weiter. Huch, huch, was hier passiert? Oh, ah, schlafen gehen heißt es, okay. Okay, dann gehe ich mal mitschlafen, ich gebe dem Ma auch mal eben die Empfehlung, dass er das Bett, das ist nach wie vor wichtig wegen des Spawnpointes, weil er sonst hier keinen Spawnpoint hat und wenn er sterben sollte, dann fängt er beim ursprünglichen Spawnpoint draußen in der Wildnis an. Und ich fürchte, dass das ja für alle Betten gilt, wie hier in der Alten, die in der Alten, so jetzt müssen wir mal gucken hier, wie sieht das aus. Kann man das? Okay, okay, okay. Okay, okay, naja, ich bin ja mal gespannt. Okay. Okay, wenn man den spiegelt und den spiegelt, hat man noch zwei gespart. Oh, was muss ich mal eben schreiben? Ähm, ähm, der Ma... Wenn man die beiden linken Automaten spiegelt, guck mal, dann spart man doch noch eine. Geht das überhaupt einen, 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 einen Meter. Oder? Diese beiden hier. Geht das? Ne, das geht nicht, weil die dann oben quatscht. Äh, ne, geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Die sind dann ja oben zusammen. Das darf ja nicht sein. Hm. Okay, dann setze ich aber mal... Äh, die Tür... Oh. Warte. Ah, okay, mit einer schicken, schicken Weg ist das dann hier aber auch nix. Ähm... Hier kann ich keine Wand setzen, hier auch nicht. Äh, das ist ja schade. Zwei, vier, fünf. Zwei... Zwei, vier, fünf. Fünf mal fünf mal fünf. Fünf mal fünf mal fünf. Und hier habe ich einen Weg. Das kann ich hier dicht machen. Ist das sehr schmal. Aber der muss dann definitiv noch einen nach... Nach links. Kann man denn nicht, ähm... Zwei Pistens nebeneinander geht, glaube ich, nicht. Ne, nein, das geht nicht. Geht das oder geht das nicht? Ich würde den aber gerne, glaube ich, dann doch noch um einen verschieben. Äh... Frage ich mal eben. Nein, zwei Blöcke... Verscheiben. Oder man muss das so machen, Quatsch. Da macht man das halt einfach so, dass das... Kann sich das irgendwie hier sammeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Da muss man das so machen, dass das irgendwo sich hier sammelt. Auch von hinten. Oder man muss es verschieben. Ja, jetzt scheitert es an der Kommunikation. Nicht nur eine, sondern eine gemeinsame Sammelstätte in der Nähe der Tür. Einbauen. Oder da hinten vielleicht. Oder... Ah, warte mal. Haha. Warte mal eben. Zack. Ah, ich nehm mal den. Zack, zack. So, hier komme ich jetzt raus. So ungefähr. Das ist natürlich jetzt auch blöd. So weit fließt das Wasser ja nicht. Da müsste der eine aber noch einen höher, oder? Oder der andere einen niedriger. Na gut, okay. Ich vertraue da voll und ganz auf der Mann. Und baue, baue wir ihn jetzt erstmal so lange ein, bis er das fertig hat. So. Habe ich schon überhaupt Samen für... Samen für... Samen für... Samen für Melonen... Ja, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Doch, wir haben sechs Pumpkin und einen Kokoden. Aber Pumpkin... Wir haben aber noch keine Melonen-Samen. Oder haben wir... Hm... Keine Melonen-Samen. Oder irgendwo da unten vielleicht. Irgendwann schauen, ob ich denn irgendwo Melonen-Samen finde. Sonst macht man hier Melonen-Farm. Ohne Melonen-Samen ist ja irgendwie jetzt auch nicht so ergiebig. Äh... Irgendwo vielleicht. In einer Kiste. Hm... Sonst müsste ich ja mal auf die Suche gehen nach Melonen-Samen. Hm... Keine Melonen-Samen. Märchen, weißt du, ob wir irgendwo Melonen-Samen haben? Zuck die Schultern. Hm... Melonen-Samen. Ja, dann werde ich nochmal eben die Kisten durchforsten. Und zwar alle. Da bin ich ein Stündchen jetzt erstmal unterwegs. Ja, da brauchen wir doch so ein gemeinsames Lager. So ein großes irgendwie mal... Äh... Beim Schiff. Das wird ja... Das geht ja so nicht. Äh... Irgendwo... Kakaobohnen. Pumpkin. Aber keine Melonen-Samen. Das, 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 das... Das ist ja doof. Äh... Das ist ja wirklich nicht gut. Melonen-Samen. Keine Melonen-Samen. Keine Melonen-Samen. Keine Melonen-Samen. Ops. Entschuldigung. Weg. Keine Melonen-Samen. Hm... Irgendwo müssen doch Melonen-Samen sein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir schon Melonen-Samen hatten. Hier auch nicht. Oben bin ich mir ganz sicher, waren auch keine. Hier steht hoffentlich nicht schon wieder ein Creeper. Na, auch nicht. Hoffe ich. Ach, dann esse ich nochmal ein Stückchen Fleisch. Und dann geht's ab nach Hause. Äh, Quatsch. Dann geht's ab. Vielleicht doch ein bisschen... Hm... Hm... Nee, alles gut. Hm, hm, hm... Irgendwas mache ich da sowieso noch dran. Ich... Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das. Keine Melonen-Samen. Keine... Melonen-Samen. Das waren doch so kleine braune Hasenköttel, oder? Was ist das das? Wir schwimmen! 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 Dann kann ich in der Zeit ja mal versuchen, mal gucken, ob ich mir denn was zu einem Getränk in die Flasche nachfüllen kann. Ohne hier eine Sauerei anzurichten. Sehr schwer mit nur einer Hand diese Flasche aufzumachen, aber es hat geklappt. Ein bisschen nach rechts. So, die Flasche ist sicher wieder hingestellt. Das Glas ist gefüllt. Jetzt muss ich ja im Prinzip nur noch die Flasche wieder zubrökeln. So. Ja, dann sage ich mal Prost. Ich suche immer noch verzweifelt Melonen-Samen. Ansonsten müsste man mal gucken, ob man irgendwo eine Höhle mit Spawnern findet. So, hier vielleicht? Nein! 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 Jede Menge Sand. Aber keine Melonen-Samen. Es muss doch irgendwo Melonen-Samen geben. Da ist auf jeden Fall noch Glow-Samen. Den nehme ich mal. Den lasse ich jetzt hier ver- So. 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 Auch doch da! Koko-Beans. Äh, Kakao-Beans. Keine Melonen-Samen. Haaa! Keine Kakaobohnen. Hm. Also renne ich mal zurück. Ah, dann wird man also in eine Höhle müssen und dann wird man einen Spawner finden müssen mit Kisten, in der Melonen-Samen drin sind. Kriegt man eigentlich sonst noch irgendwie? Kriegt man Melonen-Samen eigentlich auch aus Melonen? Wäre ja ganz nett eigentlich, ne? Da muss ich mal fragen, ob jemand Lust hat mit in eine Höhle zu kommen. Und ich glaube, äh, das lassen wir heute mal. Und ich glaube, und ich glaube auch, dass ich hier die, äh, Aufnahme gleich mal beende. Wie lange nehme ich denn jetzt eigentlich schon auf? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal eben gucken. So. Schön nach Hause hier. Zack. Hier waren auch keine Melonen-Samen. Oder hat ich hier nicht gerade, hier hatte ich doch hingeguckt, oder? Ja. Okay, ab nach oben und ins Bett. Ich sehe Märchen. So, schnell ins Bett jetzt. Schnell, 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 schnell. Schnell ins Bett. Melonsamen gibt es jetzt beim Bauern. Ah, ok. Das ist ja gut, da muss man ja gar nicht in die Höhle. Äh, ich muss mal eben gucken, wie lange nehme ich ihn jetzt auf? Äh, ist noch nicht so ganz lange, also... Ach, ich glaube, das ist aber egal. Ich werde das für heute mal beenden. Ich glaube, wir spielen noch ein bisschen ohne Aufnahme vielleicht weiter. Und dann sage ich deshalb jetzt schon mal tschüss, bis demnächst. Und dann lasst euch überraschen, was bis dahin noch passiert ist. Tschüssikowski. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Weiteraufnahme Let's Play Minecraft. Ich, äh, hatte gerade... Wollte ich hier Redstone Tunnel bauen, äh, um, äh, die Bahn... Äh... Äh... Irgendwas läuft hier doch gerade ganz und gar nicht richtig. Oder doch? Doch, alles okay. Das ist okay. Die Aufnahme ist okay. Ein bisschen Platz auf der Platte habe ich auch noch. So, Back to Game. Okay, dann geht's also doch nochmal wieder zurück. Und, äh... Und, äh... 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 Aber solange nicht alles mit Beschleunigungsschienen voll ist, äh, geht das nicht. Wollte, dass beide Bahnenenden ungefähr zeitgleich losfahren, sich in der Mitte irgendwo begegnen, aneinander vorbeifahren. Und, ähm... Ja, aber das geht leider nicht. Äh... Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Hier irgendwo war dann das Loch nach unten, wo sie angefangen hatte. So, das ist, äh... So, dass, äh... Ich das im Moment noch knicken kann. Hallo, der Ma. Okay. 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 Äh... Ja. Ja. Okay. Schade, dass der Platz nicht etwas mehr war. Das... Muss der da bleiben, der Block? Da, der muss da bleiben. Ah, ja. Okay. Alles klar. Ich will hier gerne raus. Irgendwie hakt das manchmal. Und, äh... Naja, egal. So, habe ich noch irgendein... Ja... Da unten ist noch das Märchen. Ja, wir haben ja festgestellt, dass wir keine Melonen-Samen haben für die Melonen-Farm. Was natürlich doof ist. Das heißt... Ähm... Kommt irgendjemand mit ins Dorf? Märchen? Nein? Keiner? Oh, Märchen ist schon fast im Dorf. Dann kannst du ja bei den... Und die Leute schon mal ansprechen. Und sagen, was die haben wollen zum Tauschen. Und, äh... Ich wühle dann in den Kisten und gucke nach, ob wir es haben. In der Zeit kann ich nochmal eben schnell nach unten. Huiiii! Und wieder nach oben. Ja, fast da! Ja, ja, so. Mal gucken, ob ich sie sehe, schon in der Wüste. Da leucht sie. Das ist ja doch noch ein ganzes Stück. Noch sehe ich sie, immer noch. Nun aber nicht mehr. Nun ist sie quasi im Blau verschwunden. Tja, kann passieren. Doof gelaufen, würde ich sagen. Tja, na gut. Dann könnte ich mir ja mal eben integrative Gedanken machen. Und zwar in der Gestalt, dass ich mal eben kurz überlege. Mal gucken, na, bisschen Platz haben wir da noch. Das ist so nicht gut. Das machen wir mal da hin. So. Dann muss es hier auf jeden Fall eine Treppe runtergehen. Was ist das da jetzt? Ah, mit einer Leiter. Ne, Leiter wollte ich nicht. Die passt ja quasi gar nicht hier ins gesamte Bild hinein. Äh, da. So, dann machen wir ein bisschen. So. Okay, dann brauche ich mal eben die, 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 die Kappeldingens hier entsorgen. Gravel auch. Ach, Erde auch. Weg, weg, weg. Alles weg hier. So, dann hole ich mal eben Treppen. Treppenstufen. Märchen verhandelt gerade extrem hart. Holz ist natürlich nicht besonders viel hier. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Jetzt habe ich gerade gehört, dass irgendwas nicht richtig aussieht bei dem Handelbildschirm. Da muss ich mir mal angucken. So, da muss ich mal eben gucken. Das könnte natürlich auch sein, dass Märchen noch das falsche Texture Pack ausgewählt hat. Aber das muss ich mal gucken. Muss ja nicht, muss ja nicht zwingend so sein. Es wäre natürlich doof, wenn ich jetzt, äh, äh, hier voll den Blödsinn hochgeladen habe und sich dann die ganzen Leute, die mit dem Texture Pack spielen, äh, ärgern. So. So, da muss ich mal mal gucken. So. Das klingt nach einem Original. Aber wieso? Also das, was Märchen gerade berichtet hat, das muss ich da jetzt mal eben auch checken hier. Jetzt will ich ja auch mal eben, ich muss mich da mal eben kurz hinbewegen. Das ist wieder doof, weil man nix sieht hier. Jetzt seht ihr, da ist die Brücke schon mal. Das ist ja schon mal gut. So. Auf, 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 auf. Schneller, 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 schneller. So. Okay. Der Weg ist richtig. Da geht es irgendwo lang. Da sind sie. Da unten war ein Enderman. Äh, das ist jetzt aber auch nicht mehr noch. Jetzt wieder zu sehen. Jetzt wieder nicht mehr zu sehen. So. Äh, ich kann nicht mehr laufen. Doch, kann ich noch. So, wo sind die Jungs jetzt? Hallo. So, bei mir sieht das, äh, soweit in Ordnung aus. Jetzt muss ich mal eben Disconnecten, dass, äh, die andere Texture-Pack-Version raus suchen. Hm, 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 hm. Komm, mach dann. So, Multiplayer. Ja, Sommer. Wo ist er denn jetzt? Renn doch nicht gegen den Kaktus. Halt, nein! Ne, sieht alles gut aus. Okay, dann kann ich ja wieder mit meinem... Hm. Gut, da bin ich ein bisschen beruhigt. Und eigentlich könnte man ja in die Villager auch mal... Hm. Äh, äh, auf den... auf dem Schiff... So, was bietest du mir an? Du möchtest Getreide tauschen gegen Emeralds. Nein, ich hätte gerne... Getreide kannst du haben. Wie viel wolltest du haben? Klaue ich dir mal eben hier. Ich pflanze das da auch gleich wieder hin. Auf sich reicht das Getreide. Mal gucken. Zack, den auch noch und den auch. Bitte, danke. Wie viel habe ich jetzt? 28 Getreide war, glaube ich, mehr wollte er nicht. Und oh je, der rennt jetzt wieder gegen den Kaktus. Hallo? 21 Getreide. Okay. Jetzt kann ich mir einen... 7. So, jetzt habe ich einen Emerald getauscht. Da kann ich aber noch nicht viel mit machen. Das heißt, ich pflanze dir da mal wieder Getreide hin. Ich möchte eigentlich von dir sowas wie Melonensamen ersteigern. So. Du musst dich an Märchen noch mal eben fragen, ob sich das mit der... Mit dem Hintergrund des, äh... Des Handelsbildschirms, äh... Lag das daran, dass du die falsche Textur-Pack-Version ausgewählt hattest? Aus... Ja, okay. Ähm... Äh... Ja, okay. Ja, ich hatte gesagt, ich hatte ihr das so rüber eingerichtet, dass, äh... Ähm... Dass, ähm... Sie spielen konnte. Den Hinweis aufs Texture-Pack hatte ich zwar noch gegeben, aber der ist nicht angekommen. So, hier geht's nicht weiter. Äh... Ich glaube, solange die Sonne jetzt hier untergeht... Die haben ja hier nicht mal... Die haben ja nicht mal ein Bett. Kann das denn angehen, dass sie hier kein Bett haben in diesem... In diesem Dorf hier? Die haben kein Bett in diesem Dorf. Ja, Tag auch. Ach, ihr geht hier so nachts rein. Ja, ich melde mich mal eben ab. Und beende die Aufnahme kurz. Bis denn. Tschüssi.